Jep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Abgeschlossen. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ohne Goal kann ich hier nicht weg. Was? Oh oh. Nein, 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 nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Sauber! Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Hallo! Kommst du öfter hierher? Ich glaube, dass ich mal Louis zurückkehren bin, Lass uns den Gang Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Geheimnis ein Geheimnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Schraubenschlüssel nur für Achtkantschrauben. Der Fachidiot unter den Werkzeugen. Ein Schraubenschlüssel nicht fallen lassen, okay? Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Ha! Das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch! Hey! Da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch halb voll. Doch nur ein Käfer! Der Weichenhebel abmontiert und weggeworfen. Es war wohl der letzte Wille des Gleisarbeiters, dass das Mainbike nie wieder fährt. Tja, da hat er seine Rechnung ohne mich gemacht. Tja, da hat er dieses Gleisarbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah! Das wird ein Kinderspiel. Ready, go! Mist! Verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit! Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte. Ich mach's dir vor. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen Tiefenschluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Bein hinterm Kopf. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Ich bin ein... ein... Mummeo! Ich bin ein Mummeo! Yeah! Yeah! Huh? Warum zittert man? Ich bin doch ein Mummeo! Vielleicht. Bein hinterm Kopf. Oh! Ich bin ein... Ich bin ein... Mutsui! Ich... Yeah! Huh? Ich... Hm! Bein hinterm Kopf. Oh! Ich bin ein... Mumpi! Und nun? Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Zunge ist schon ganz ruhig. Auf geht's! Ich bin ein... Toller Jahrgang! Jetzt aber! Und... Und... Ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein... was immer war Zweifel ollut lo fo этому Ah! Ah! Du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Ich habe einen Schaltplan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Ähm, nein Mein Bart so nah schlägt Alarm Sie müssen ganz in der Nähe sein Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal! Mein Schulterseismograph schlägt aus Stimmt, ich messe auch etwas Ähm, Jungs? Seltsam Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodenrock unverändert Mein Sockenspektrometer rechnet noch Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein Warte Mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von So, jetzt sollte alles stimmen Was sagst du nun, Schätzchen? Nibbe Oh, Ruhe Wie wahr, aber wenn denn Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm Was? Ha, ähm, mal sie dann ihr Rumpenstirr Ähm, se Mein Sockenjuck Ha, ha, ha Schau mal, die Gleise sind noch Ähm, wie se Mein Sockenjuck So schnell kriegt man mich nicht klein Ba-da-ba Mein Nenntin Rufus Ba-da-ba Ba-da-ba Mein Nenntin Rufus Ba-ba-ba Rufus Rufus Ba-da-ba Boah Und was für ein Ausblick Die untere Aufstiegsstation Ich habe es mal wieder geschafft Siehst du das? Ich hab es Upsi Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen Wo du es gemütlicher hast Hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab Na? Willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere schnelle Variante? Ja 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 Vielen Dank.